Musik 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 Man kann nicht nur das Essen essen gehen Und dann wird der Tritivainer machen. No, gemeinsam. Und dann wird der Tritivainer machen. Was heißt Uyebine? Heute gibt es ein Festessen. Eine Bandara machen wir heute. Für ein Konzert von Sami Kurasan. Lecker, lecker. Da freut sie sich jetzt schon. Lecker, lecker. Und dann haben wir jede Menge vorbereitet. Und die Stange erzählt euch jetzt, was das alles ist. Wir machen Reis mit Cashewkernen drinnen, Angehäustete und Safran. Dann machen wir Oksabchi, Okas mit Kokosnuss. Dann machen wir ein Tal, ein Torteil mit Munkteil gemischt. Und dann machen wir so einen Bananenretter mit Senfsamen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und Mango-Chatti. Das klingt viel verspät. Ich muss euch noch was sagen. Wir könnten noch Schabatis machen. Kein Schabati. Das hat so viel Zeit, glaube ich. Sie haben da schon was vorbereitet. Ein Versuch, was es wert ist. Frische indische Mangos. Schöne Mangos. Dann haben wir hier einen Mangoball. Reiskas. Noch ein Reis. Ja, super. Dann haben wir das einzige Oma. Das hier ist Chantal und Munter, glaube ich. Das ist so indische Schokolade. Latu. Latu. Nein, nein, das geht nicht. Denen darf nur eins essen. Ja, aber ihr habt ja kosten dürfen. Das schmeckt gut. Indische Schokolade. Latu. Latu heißt das also. Ja, genau. Mh, Kicherjapsmehl. Oli. In Wasser. Nüsse. Cashew. Hasenüsse. Ein Traum. Kann man das essen? Jeder gibt ein. Ein Traum. Jetzt werden die Okras gewaschen. Die Okras werden gewaschen. Ja. Flüss. Nee, im kalten Wasser waschen. Mit kalten. So, ähm, die Okras legt er jetzt da hin und dann trocknet er es mit einem anderen Geschirrtuch wieder ab. Danke. So, ich mache jetzt da einen Teil mit so. So, also schön abtrocknen, ja. Ich mache da jetzt so einen Teil mit. Einzelne Teil abtrocknen. Da kann man gleich schauen, ob irgendwelche dabei sind, die nicht so schön sind. Habt ihr das letzte, wenn ihr das letzte Video schon gesehen habt, wisst ihr, wie er das macht, sozusagen? Also immer schön alle einzeln abtrocknen. Wirklich einzeln abtrocknen? Kann man die nicht so pauschal abtrocknen? Wieso muss man die abtrocknen? Damit sie so trocken werden, damit sie nicht so schlazig sind. Und außerdem, wenn man es einzeln abtrocknet, dann kriegt jedes einzelne Okra mehr Prana, als wenn man da so hudri-hudri. Schönes einzelnes Okra. Haha, lecker. Also das sind so indische Okras, ja. Die sind so wesentlich größer als die türkischen. Die Türken haben auch Okras, aber die sind so kleine, das sind eine andere Pflanze, eine andere Sorte. Also es gibt auch unterschiedliche, so wie bei den Äpfeln. Hier, ich halte die schon die ganze Zeit hin. Das gehört getrocknet. Ah, okay. Also man tut durchs Essen Prana aufnehmen. Und auch durch die Luft, glaube ich. Naja, es gibt zwei Wege Prana aufzunehmen. Andererseits durch die Nahrung, was man zu sich nimmt und durch das, was man erlebt den ganzen Tag. Das ist der zweite Weg. Okay. Und da erlebt man am besten friedliche, schöne Dinge und vielleicht Meditation. So. Also umso schöner, das ist das, was man erlebt, umso mehr Prana trägt man. Okay. Danke. Da sind jetzt ganz viele getrocknete Ohrgras und da sind noch ganz wenige nasse Ohrgras. Die traurig sind, weil sie angeweiht worden sind vom Wasserhahn. Ja, die waren ganz sauber, die waren gerade auch ganz sauber. Da gibt es so ein Ende, das schneidet man ganz knapp weg. Nicht viel, weil das ist ja Schott drum. Nur ganz knapp. Und dann so eineinhalb Zentimeter groß in etwa. So groß? Ja, ich würde sagen, das ist okay. Okay, klar. Und was machen Sie jetzt? Ja, ich habe mir gedacht, ich mache in der Zwischenzeit das Mango-Chapne. Schau, da haben wir jede Menge Kräuter noch vorbereitet. Koriander und Frischung. Und was ist das? Das ist Minze, die ist nicht mehr ganz so schön. Schau, da müssen wir die dunklen Blätter dann alle weg tun. Und was ist das? Das sind Curryblätter, frische Curryblätter. Aber die riecht das ja gut. Schade, dass das... Schade, dass das Riechfernsehen noch nicht erfunden wurde. Das kommt auch noch. Sonst würde dir das riechen, diese gute Minze. Schade, schade. Okay. Also, ein Mango-Chapne dazu. Schneiden wir mal einen Mango. Sie ist geschält, ja, den Mango. Ja, das heißt doch mal schälen. So, die Mango ist jetzt geschält. Was machst du jetzt mit der? Ja, da ist noch ein Schaler. Da ist noch ein Schaler. Ein bisschen Schaler. Na gut, dass du genau schaust. Jetzt schneidet, da müsst ihr aufpassen, richtig den Kern entlang schneiden. Genau, da ist ein lenkiger Kern drin. Und da schneidet er sich immer schon in den Kern, ne? Dann habe ich ziemlich genau geschnitten. So, die Mango ist geschnitten. Jetzt seht ihr mal, wie er den innen nur schneidet. In so Scheiben und dann noch mal. Also, dass so kleine Würfel praktisch da stehen. Na, schön sind so Stifteln. Jetzt kommt dann sehr gut dieser faserigen Form von Ingwer entgegen. Schau, dann mache ich so Stifteln. Siehst du das? Okay. Also, das ist immer lieber wie Würfel. Das geht eh ganz leicht. So, ein bisschen Ingwer. Ein bisschen, aber nur. Na, wir machen ja auch Chutney für mehrere Leute. Ja. Dann haben wir da Chili. Also, die Mango hat dann so ein bisschen, halb bis zu. Fünf Chilis. Schauen wir auch zu, wie er einen... Fünf Chilis. Das Gute ist, ich kann dran rübern. Kleine Würfel. Das schneidet ihr einfach mit Kerner. Ja, genau. Das soll ich schaffen, bis ich das Chutney... Nur das Chutney, da brauchst du dann nichts nehmen, wenn du nichts willst. Ja, gut. Das ist natürlich auch das Chutney. Wenn ihr das nicht wisst, wie das geht, schaut in eines der Videos, da ist das auch schon mal verlinkt. Da habe ich es schon mal gezeigt. Da hat das schon mal gezeigt. Schön flüssiges Ghee. Schön Ghee. Eine gute Menge Ghee. Kann ich ein bisschen was davon naschen? Ja, ich muss ein bisschen naschen. Ja, schön. Ja, so was schon. Mh. Ghee. Pure Butter. Na ja, es ist geklärte Butter bereits. Ja. Also ungefähr eine halbe, dreipettel Stunde verkocht. Und schön ist eben ins Ghee in Elken reingeben, das erhöht dann noch die reinigende Wirkung. Geschimpft, geschimpft. Dass die Butter schmilzt. Wenn ihr auf mittlere Hitze 7, 8 aufdreht, nach zwei Minuten, wird ihr nicht mehr ins Ghee reinfassen. Genau. Nicht mal zwei Minuten. Das Ghee ist jetzt geschmolzen, aber es macht noch keine Blasen. Obwohl, doch macht es. Es beginnt bereits. Können wir beginnen. Also. Er schmeißt jetzt den Ingwer, den Chili und ein paar Nelken in neues Ghee. Den verrühren wir jetzt ein bisschen. Den verrühren wir jetzt ein bisschen. Jetzt suchen wir uns noch Asifedida. Was ist Asifedida? Ja, super. Ist das Schafel? Ah, wir machen jetzt Schafel, da sind nichts mehr drin. Schauen Sie, das nehmen wir. Schafel, das ist Asifedida heute. Aber für das Chutney dürfen wir ruhig ein bisschen stärker würzen. Auch wenn der Dr. Kamlisch mich ermahnt, ich soll nicht so viel würzen. Ja, das stimmt auch. Das Coole ist... Okay, dann geben wir Chilis rein. Chilis noch ein paar. Und nur ein paar. Die Nelken. Die Mango kommt ganz zum Schluss. Genau. Dann nehmen wir Kalonji-Samen. Eine gute Menge. Gute Menge Kalonji. Zwei Teelöffel. Und wenn wir da so einen schönen Pulverchili haben, geben wir ein bisschen Pulverchili. Eine Teelöffelspitze Chilipulver. Und dann wird das Ganze schon schön scharf. Aber es riecht auf jeden Fall nicht nach Chili, sondern nach Ghee. Ja, es riecht ganz stark nach Ghee. Ist ja auch viel Ghee. Schade, dass das Riech im Fernsehen wirklich noch nicht erfunden worden ist. Wir haben ein bisschen Zimt dazu. Zimt, Zimt, Zimt. Okay. Auch eine Zimtstange? Nein, ich habe mir gedacht, ich entscheide mich das Pulver. Weil dann braucht man es nachher nicht rausklappen. Okay. Okay, ich schaue, das schaut schon gut aus. Riecht jetzt nach Zimt und Ghee. Mh, das riecht stark, ne? Mh. Dann haben wir hier so einen Mango, das ist schon püriert. Mango-Mousse? Ja. Wow. Ich möchte das ausnaschen übrigens. Gibt jemanden, der das ausnaschen möchte? Ja, stell mir das dabei beiseite. Ich muss ja noch filmen. Ich habe mir gedacht, ich nehme ein bisschen Wasser und... Nein, ausnaschen. Mh, dann. So, da gehen wir jetzt auch noch Fimste. Mh. Da gehen wir auch noch die frischen Mangos, das zugleich ist. Da haben wir alle Mangos dann da drin. Außer einer. Jetzt suchen wir uns noch Zucker. Einer liegt da noch. So, Zucker. Eine Prise Zucker tun wir da jetzt dazu? Eine Prise Zucker, also so drei, vier Esslöffel vielleicht würde ich sagen. Ja, er tut jetzt nach Gefühl, Fingerspitzengefühl. Also schon eine gute Menge, aber nicht viel nicht, ja? Weil sonst wird es ein bisschen zu süß. Genau. So, jetzt muss das kochen. Jetzt muss das kochen. Minze, jetzt geht's eh los. Ich würde sagen, die schmeißen wir alle ins Chutney, oder? Ja. Ist das okay? Die schneidest du jetzt klein oder hackst du? So, du machst das gut mit den Okras. Darf ich mal ein bisschen rühren? Ja. So, dann können wir abdrehen jetzt. Das rät wir jetzt ab und lasst es jetzt noch ein bisschen einfach so vor sich hin köcheln. Das werden ganz andere Okras, als das jemals gemacht, hast du im Gefühl, gell? Beim letzten Video haben wir auch Okras gemacht, aber andere. Ja, ganz anders. Heute machen wir es wieder ganz anders. Die riecht aber ein bisschen nach Pfeffermünze. Riecht nach Minze. Pfeffermünze. Ja, so, die tust du jetzt auch in das Chutney. Die gebe ich jetzt auch in das Chutney. Die kocht da ein bisschen. So. Hier um. Minze, jetzt Chutney. Dann ein bisschen umrühren wieder. Ein bisschen umrühren. Und die Minze wollen wir nicht kochen. Also, stellen wir es weg. Er hat noch ein bisschen eine Prise Kardamon vorhin dazu getan. Und, ja, die Minze ganz zum Schluss. Genau. Fertig. Wer kostet das jetzt? Ich. Müssen wir kosten, ob wir das servieren können. Ja, kosten. Ich koste. Mal schnell einen kleinen Löffel holen. Kosten Sie bitte. Kosten Sie. Ich soll kosten? Ja. Ich möchte auf deine Reaktion hören. Ich koste nach dir dann. Das ist bestimmt heiß. Bisschen blasen. So, jetzt bin ich dran. Hey, ich möchte auch kosten. Nein, nein, nein. Aber ich gebe das nach frischen Löffel. Da, die Kleidung. Also, jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt, das Mango-Chutney. Riechen tut es gut. Vorsicht, heiß. Ja, gut. Gut? Mhm. Bist du scharf? Mhm. Geht? Mhm. Super. Und meine Reaktion war nur am Anfang cool, aber nachher dann spürt man erst das scharfe. Also. Mit Stückchen, nicht nur Mango-Ball. Mit Stückchen. Mit Stückchen. Na, super. Okay, es ist ein bisschen heiß noch. Heiß. Heiß. Ui. Süß, süß, scharf. Alles. Und? Heiß. Bisschen scharf. Bisschen scharf. Bisschen süß. Mhm. Tja. So, ähm, jetzt dabei, haben wir jetzt nicht gefilmt, er hat dabei so ein Tomaten-Chutney gemacht. Da, wie ich erkennen kann, ist drin Ghee, Tomaten, so ein paar Kräuter, Koriander oder so. Ja? Das ist drin, Melisse und, äh, Zimt, äh, nicht Zimt, äh, nicht Zimt. Äh, die, äh, die O-Kröster, weil er in eine Schüssel getragen. Und Koriander, Sellerie, 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 nein, das ist Boreli. Bore, also Bore da, Bore, Ingwer und Currypeletter. Currypeletter hat er geschnitten und hier noch ein bisschen Chili. Ja. Sonst hat er noch die Mango aufgeschnitten, die zweite. Hier der Kern, der wird mitgekocht mit dem Dahl, soweit ich weiß. Ja. Ja, mehr hat er im Moment eh nicht gemacht noch. Außer unten Essen gekocht. Lecker. Hat sie geschmeckt. Applaus an den Chef. Koch, 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 bitte. Gebt mal alle einen Applaus auf. Ja, vielen Dank. Das machen wir jetzt. Jetzt stellen wir die Bananen für den Reiter. Das geht aber anders leichter. So. So, wir brauchen dafür Joghurt und Bananen. Und wahrscheinlich noch irgendeine Mischungszutat. Soll ich die schneiden in Stücke? Ja, das kannst du machen, wenn du magst. Okay. Okay, und dann schneiden wir sie in Stücke. Und dann schneiden wir sie in Stücke. Okay. Wir haben jetzt so Scheiben, in so halber Zentimeter dicke Scheiben, so ungefähr. Ja, sehr schön machen wir sie in Stücke. Und hier. Und ein paar Bananen. Du machst das gleich mal. Zack, 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 zack. Mhm. Okay. Irgendwie Ratzfatz haben wir alle geschnitten. Die meisten eher. Hier bei den Okas läuft es auch gut. Das sind die geschnittenen und das sind die weniger ungeschnittenen. So, die Bananen geben wir dann jetzt halt in den Topf. Und da sind auch schon ein paar runtergefallen. Komm her mit dem Topf, bitte. Okay, gut, alles ausgehört. So, jetzt gehen wir Hände waschen. Ja. Obwohl, ja, wir können gleich den Reiter, den, das Joghurt eigentlich dazugeben. Wir schicken euch gleich mal viel rein. Sieht eher aus wie Sahne. Das ist ein ganz dickes, schönes Joghurt, ja. Darf ich kosten? Ich mische da ein bisschen Zucker jetzt dazu. Das verrührt ihr jetzt und dann zeige ich euch das Endergebnis. Und jetzt? Für den Reiter, die Hürze für den Reiter. Also du musst wieder die schmelzen. Ja. Machen wir ganz einfach. Schnurren, Salz, Zäffer und Senfsamen. Ja, also was tust du da jetzt rein in das Ghi, in das Geschmolzmeln? Da kommen nur Senfsamen rein. Senfsamen. Okay, das lässt du dann da in den Bananengreiter dazu. Also dann nehmen wir mal dunkle Senfsamen, zwei, drei Löffel. Und helle Senfsamen. Auch zwei, drei Löffel. Also richtig schön viel Senfsamen. Das ist eine gute, erhitzende Wirkung. Tu mir ein bisschen an Chili auch rein. Ne. Ein kleines bisschen Chili genommen. Na bitte. Das machen wir mit Pulver. Aha. Und das ist ja da. Genau, jetzt greifst du die Senfsamen dazu. Aber wirklich nur so eine Messerspitze. Wir wollen ja den nicht scharf haben, den Reiter. Reiter, nein. Also für die Senfsamen braucht man schon eine gute Hitze, ja. Und mit dem Ghi kann man ja schön auch ganz heiß arbeiten. Also das lassen wir jetzt noch ein bisschen heißer werden. Die Okra sind jetzt auch fertig geschnitten. Also das sind jetzt gemischte Senfsamen. Und ein bisschen Chili. Und ein bisschen Chili. Und ganz wenig Chili. Und das geben wir jetzt da rein und machen zu. Okay, das lassen wir jetzt stehen. Und musst du nicht ein bisschen zurückdrehen? Nein, nein. Wir brauchen jetzt Hitze. Die müssen jetzt aufspringen. Wir werden es gleich hören. Also da haben wir Himalaya-Salz und schwarze Pfeffer. Und da geben wir eine gute Prise dazu. Das wird schon reichen dann. Ah, da hört man schon jetzt die Senfsamen beginnen zu springen. Also du springst. Hört man das jetzt? Ja, ich glaube schon. Ja. Da springen wir die Senfsamen. Super. So, schön vermischen. Kann ich auch einen Löffel? Kostlöffel. Danke. So, schnell kosten. Hey. Hey. Himmlisch. Himmlisch. Gut. Mhm. Danke. Was ist deine Reaktion? Was ist meine Reaktion? Was ist deine Reaktion? Ja. Passt. Ja. Ehrlich. Das Ganze jetzt, bis ihr es im Kühlschrank lagert oder was auch immer. Jetzt stellen wir das Tal hin. Wir haben da Mundal eingeweigt. Geste denn schon? Ja, Mundal. Das kommt nochmal da alles rein. Ja. Tordal. Alles gut gewaschen. Was ist deine Reaktion vorher dreimal gewaschen? Habe erst dreimal, aber wer weiß, wie voll die Schivani war. Also, wenn die Schivani sagt, sie hat sie dreimal gewaschen, denke ich mir, sie hat wahrscheinlich viermal gewaschen. Also, vielleicht doppelt so viel Wasser, das wird ein wenig zu essen, oder? Das wird ein wenig zu essen, oder? Das wird ein wenig zu essen. Dann geben wir die Mangos rein. Warte, da geben wir noch Stücke, bevor du da jetzt reinhast. Ah, das ist alles. Also, die Mangos geben wir rein jetzt rein. Wenn sie da rein, das ist das, das ist was Neues. Und den Mango-Kern lassen wir mitkochen, den geben wir nachher dann wieder raus. Da geben wir Gelbuts rein jetzt, ja. Das ist ja ein großer Topf, da können wir schon Gelbuts rein, geben drei Löffel, vier. So. Du, ich bin ein bisschen auch gerne. Ganz ehrlich. So, da trage ich mal in den Moment. Aber das ist noch Kiwi, das kochen. Ja. Na ja. So, das sagst du. Da fahre ich mit den Regiegelöffel rein. Ja, da bleibt auch nicht viel mehr von dem Kiwi, ja. Das... Das kriege ich gerne viel besseren Knochen, als die drin ist. Okay. Okay. Das ist da. Die Curryblätter, die haken Hitze aus. Also die kommen ins heiße Fett. Ach so, machst du schon wieder Ghee heiß? Ja, gleich dann für die Okra. Okay. Da machen wir jetzt einen Reis, machen wir jetzt einen Gewürzreis. Da machen wir ein bisschen Ghee heiß. Das ist denn ein bisschen wenig. Ja, ja. Ein bisschen wenig. Nehmen wir ein bisschen Olivenöl dazu. So, jetzt ist es auch genug. Da geben wir jetzt das Reis, kriege ich die rein. Dann ist das Ghee. Für Joghurt. Ja. Oh, deine. War doch ganz voll. Ja. Du bist ja ganz Ghee beim Kochen. Wir waren ziemlich hemmungslos, wenn Ghee. Aber das bist du immer. Ich habe noch nie mit dir gekocht, ohne dass du ein Ghee verschwendet hast. Ach so? Also nicht verschwendet, also viel benutzt, großzügig und benutzt. Wenn du ein Ghee gehabt hast. Na ja, meistens bin ich schon sehr sparsam in Ghee. Ich koche nicht immer so viel Ghee. Sondern meistens nehme ich Öl und esse es dann mit einem Löffel Ghee auf, ne? Ja, aber heute hast du halt ein Konzert. Heute haben wir ja ein Festessen. Festessen, ja. Ich mag das Ghee quasi mit einem Löffel aus. Das schmeckt einfach so aus so gut. Warte. So, wir sehen uns dann, wer sich alles aufgelöst hat. Ja, jetzt stellen wir die Okas hin. Das Fett wird heiß. Gehen wir mal Ingwer rein. Haben wir ja eine gute Menge Ingwer vorbereitet. Nein, er übertreibt nicht. Das kann man alles in kleinem Format auch noch machen. Aber das hier ist für ein Festmahl für ungefähr 20, 30 Leute. Aber wenn wir jetzt ein bisschen viel Leute kochen, ja, ein bisschen viel Gheele gehen wir. Machen wir es auch ganz mild. Und das Hauptessen. Dass es jeden schmeckt. Dass es jeden schmeckt. Deswegen geben wir nur ganz wenig Chills rein, ne? Ganz wenig, ja. Für die Mengen ist es ganz wenig, aber einfach so. Ja, das geht relativ schnell mit dem Ingwer. Sehr schön, wirklich. Dann haben wir die Curryblätter. Die Curryblätter gehen wir rein. Ja. Curryblätter. Dann haben wir da ein Fokschangeli. Fokschangeli. Kann aufgespaltenen. Ja, ich meine ganz nicht. Der versteht doch gar kein Aroma. Oh ja, fein, wie soll ich das nicht sehen. Der ganzen schmeckt mir nicht gescheit. Das war der Daniel in den Hütten auch 20 Minuten. Dann nehmen wir Kreuzkümmelsahnen. Und Koriander. Kreuzkümmelsahnen. Kreuzkümmelsahnen. Und fertig. Vielleicht noch eine Spitze, ganz wenig, vom Chili. Oh ja. Und was kommt jetzt rein? Was kommt jetzt rein? Die Okras. Kann ich die zweite Schüssel gleich nehmen? Ja. Alle Okras rein. Aber bitte rein. Nur eine einzige ist da neben. Das sind Kokosraspeln. Ja, da haben wir eine gute Menge Kokosraspeln dazu. Jetzt kannst du jetzt unterrühren. Und vermischen. Einfach schön zusammenrühren jetzt. Jetzt gibt dir noch Öl drauf. Öl und Gelbwurz gebe ich ein bisschen raus. Wer gibt Gelbwurz hat doch einen eigenen Geschmack. Es geht nicht nur um die Farbe. Ja, jetzt ist es besser mit dem Öl. Merkt man gleich. So, jetzt muss das Taktos heiß sein. Ja, jetzt sind wir da hinten schon heiß. Muss ich gar nicht abbrechen. So, jetzt kommt Ihnen den Reis zuerst. Elfen, Zimt und Kardamon. Ein damit. Jetzt lassen wir ein kleines bisschen rösteln. Ja, das ist schon genug geröstet. Lassen wir ein kleines bisschen das Nächste schon genug geröstet. Dann geben wir den Reis rein. Ein bisschen mehr Reis. Kommt jetzt noch Wasser drauf, oder? Ja, da haben wir Hauser schon heiß gemacht. Zuerst rühren wir noch mal unten rein. Die sind, dass die überall hinkommen, die Gewürze. Und dann machen wir hier nochmal Wasser rein. Eine Frage habe ich. Wollen Sie das jetzt mal kalt servieren? Nein, kann man kalt auch nicht. Nein, aber wie servieren Sie es dann? Nein, wir halten das warm im Backrad dann und so. Kocht das da schon? Kann ich den einfach benutzen, gleich? Ja. Willst du den Kusch nehmen, bitte? So. Ist das Dahl? Ja, das ist das Dahl. Schön mit so einem Sieblöffel. Viel Dahl. Und hier ist der Mangokern. Warum kochst du genau den Mangokern mit? Na ja, damit er komplett verwendet wird. Hier werden Cushiness gebraten. Geröstet. Jetzt haben wir die Cushies da hinten ein bisschen geröstet. Die schmeißen wir in den Reis rein. Und dann nehmen wir auch noch Rosinen. So. So sieht man es ganz bestimmt. Super. Ich bin ganz normal gesund. Das muss man schon sehen. Und jetzt haben wir einen richtigen Gewürzreis. Nelken wird auch dabei. Ja. Viel ist es auf jeden Fall. Und jetzt machen wir den Reis schnell wieder zu. Sonst würde er keinen. Ja. Ich habe die Pfüße. Ich habe die Pfüße hier. Das gehört überhaupt, der auf den Deckel schaut zu dem Ding dazu. Ich weiß nur eine Kochlefraße. Achso. Achso. Ähm. Was machst du jetzt? Ja, das ist eine. Schaut schon gut aus. Das drehen wir mal auf. So. Da gehen wir jetzt Lauch und ein bisschen Koriander, der Rest Koriander kommt dann irgendwo anders dazu. So, ich drühe mal ein bisschen um. Und Salz. Schön umrühren. So sieht das aus dabei. Fingerspitzengepül am besten. Und besser zu wenig als zu viel. Also nicht gleich übertreiben. Heißt das? Den Mangokern können wir jetzt aber raustun, oder? Den Mangokern können wir rausgehen, ja. Ein bisschen Pfeffer gehen wir noch rein. Aber möglichst die Gewürze runterputzen. Ja, das mache ich jetzt. Dann fühl mich weiter. Am besten alle Gewürze vom Mangokern runterputzen, weil das wird dann ein bisschen blöd, dass das dann einfach so viel drauf ist. Aber besser als so geht es ja nicht. Schmeckt eher nach Tal als nach Mangokern. Das ist gemein. Ich will Mangokern essen. So einen Mangokern, den greifen wir dann weg. Der ist nichts mehr zu machen. Und die Schiwari muss uns geil kosten, ob das so passt. Ich auch, bitte. Jetzt geht auch gleich lang. Danke. Also, deine Reaktion? Mir ist zu heiß. Ich muss ein bisschen warten. Warte ein bisschen. Ich halte es ein bisschen. Kann es nicht gleich kosten. Ja, das ist ja auch egal. Es riecht nach Loch. Und? Es ist immer noch zu heiß, glaube ich. Ich möchte deine Reaktion beobachten. Es schmeckt leicht. 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 Ja, Salz. Leicht. Nein, es schmeckt gut. Es schmeckt leicht von der Mango. Es schmeckt... Es schmeckt nicht so arg nach Tal. Okay. Jetzt kosten sie mal. Leicht? Ja. Riechen ich kurz nach Lauch. So wie die Schiwari schon zackt hat. Das geht aber gar nicht. Ich muss auch probieren. Was ist denn so schön? Äh. Noch etwas zu heiß. Ich muss es warten. Ich habe es jetzt gar nicht geschmeckt. Ziemlich heiß. Auf geht's. Auf geht's. Ich habe es jetzt mit dem Kassenbruder. Oh. 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 Jetzt ist schlecht gelichtert. Und? Mhm. Schmeckt das gut aus Tal? Mhm. Schmeckt da wirklich nicht nach Tal. Ein bisschen mehr Salz könnte es vertragen. Mehr Salz? Nur eine Prise. Aber sonst? Ich muss Salz. Was sagen Sie für diesen Tal? Mh. Mh. Bats nicht. Sehr, sehr lecker. Mehr Salz? Ja. 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 Mh. 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 Sehr gut. Wir beginnen mit dreimal Ohm, und während wir Ohm singen, fühlen wir das, dass die Flüsse rauschen in Richtung Meer. Alle Grenzen, alle Drennung verschmilzt ins Eine. Wenn ihr Ohm singt, fühlt diese Einheit. Wir atmen gemeinsam ein. Wir atmen gemeinsam ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020